Wollen wir das Quest dann gleich mal abgeben? Ich habe erstmal so einen riesen Baseluskin Kerl noch Oh, ich will nicht leben Das laggt gerade unglaublich Oh, ja Riesige Heiltränke Wie lebt ihr eigentlich davon momentan? Ich sehe aber schon, ihr habt Spaß immer gemeinsam in die Richtung zu laufen, in der ich nicht bin Also ich achte persönlich nie auf dich Danke Riesige Heiltränke 100% Ich achte ja auf VEGO Warum? Ja, weil VEGO Das war nicht die Frage, die Frage gab Äh, nur so zum Vergleichen Ja, und was wäre der Vergleich? Der Vergleich, dass ich 117 habe Ne, 123 inzwischen Und ein verstecktes Angelloch Kämpf dir mal, ich angel Voll entspannt Äh Ein riesiger Heiltrank Ja, danke Ein Totenkopfbogen Ach, Loch, du kannst nicht mal Äh Nietenhalsband Scheiße Mit Bögen geht ja keiner mehr durch die Gegend, ne? Ja Und wieder auf dem Chefsfriedhof Natürlich lauft ihr wieder weiter Ja, so wie ihr es in den letzten Aufnahmen gemacht habt Ja Einmal so viel zu finden gibt es hier nicht, von daher Ja Ich kann ja nicht mit identifizieren, was mir so viel Schaden macht Für sich bin ich einfach nur mit so, mit so 0-2 Leben hier am rumstehen Ja, ich hab auch grad sehr viel Schaden bekommen Krass Welche Schaden? Ich weiß es nicht, das war irgendwie grad so von 100, auch wieder auf 250 runter Also von 100% auf 250 Punkte Dich versteh ich hier eh gar nicht, ich mein, du hast am wenigsten Leben von uns Ich? Ja, ich heal mit jedem Crit, 10% des Crits Also ja Auf was ich noch skill ist, so viel Gegner wie möglich zu killen Mhm Und das scale richtig gut Schmiedisches Friedhof Was ist das Ding? Was ist das Ding? Also ich denke, die Schiffe wurden hier schon versenkt, bevor ich jetzt kein Meer mehr gehabt Mhm Hm Ah, Riesenvieh, Riesenvieh, Riesenvieh Töten! Hüpfen, hüpfen Wo? Was wir hier? Da hier hinten Äh Ach, die Tutara, ja Äh Äh Okay, eigentlich wird Was? Das soll meiner verstehen Von außen auf jeden Fall ziemlich drauf geballert Da kann ich, ich kann nicht sagen, was ich will Ah, hier ist noch mehr Okay, Dieke Mhm Wer? Kein Plan Ja Kein Plan Hm, darum geht's noch weiter Und noch ein riesiger Haltrank Jai Wollen wir das Quest da auch machen? Oder wenn wir da hinkommen, irgendwie Ach ne, das ist die Main Quest Ach, ja Stimmt, ja Die beiden Sidequests haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen Da hätten wir aber noch zwei Sidequests Ja, eins zum Abgeben und eine verschollene Seraphie Eine verschollene Seraphie? Die glauben wir verschollen sind Ah, ja, stimmt, ja Aber wir haben da oben noch zwei, ähm, zum Annehmen Seh ich nicht Das sind noch zwei grüne Fragezeichen Ja, das sind aber die, die wir schon angenommen haben Die, die nicht angenommen haben, sind grau Ah Oh, komm wieder Woran bin ich jetzt gestorben? Also da Am Sandweber Am was? Am Sandweber Ja, aber was ist das? Keine Ahnung Da war doch gar nichts Die Fliegviecher sind's auf jeden Fall nicht Das ist gar was Dieser Mann da Aber langsam hab ich grad echt wirklich keinen Lust mehr zu werden, ey Immer verreck ich, egal was ich mache Die Fliegviecher sind's auf jeden Fall Ops Det ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Ja, ich bin 33 Der Moichelmörder Moichelmörder? Was war er wo? Geh ich hier, das ist ein Verzahler Ach so Trotzdem will ich jetzt immer meine Items durch, die ich hier rumliegen hab Was ich das schon lange nicht mehr gemacht hab Tja Tja Huch Was war das? Zombies Ah ja Verrecken nur gleich alle, weil ähm Da Aber ich versteh warum die hier so viele riesige Mana-Tränke verteilen Ich nicht Du mich auch Du stirbst ja hier auch nie aus irgendwelchen präsentlichen Gründen Ach doch, ich sterb auch irgendwie einmal Du bist ja auch, haben noch gar nicht gestorben, kann das sein? Hm, mh doch Nein, bin ich schon Doch einmal, ja Wieso hab ich denn jetzt... Ah, keine Ahnung Aber ich trotzdem Ich stehe ganz unter einer Freitline Und sterbe nie gestorben Jetzt steh ich nicht mehr in der Front, dann sterbe ich ständig Wo, wo hat sich denn bitte jetzt diese, ähm... Schlüssel Der riesige... Unterschied Wollen wir nicht zur Truhe? Wo ist die Truhe? Da unten Oh Natürlich kann ich da wieder nicht rüber hüpfen, ne? Oh Ah Stiefel und Axt So Hm Hierofant Du wirr Axt Hm, nö Der Pat ist grad nicht da Ah Ah, da Ich glaub das könnte ein cooler Schild sein Und wie das ein cooler Schild ist Aber halt die Aufladungs... Äh, was soll's Hm? Echt? War das schon? Ja Ich hab hier auch nen coolen Schild Wenn du's mal angucken willst Erzähl einfach mal Ja, schau mal an auf... Einspizieren Was haben wir denn da? Ne Wächterplatte Ja, doch Das ist genau der, den ich auch hab Hm Was? So, mal schauen, da ist noch ein Loch in der Karte bei mir Ja Wird mich noch überall lächer in der Karte Ja lass uns doch schnell das Quest abgeben da oben Kann man auch, jo Ja Ich wünsche euch willkommen Oh So Hat sich jetzt noch was bei mir geöffnet Achee Net Whalther Ne lass doch 뒷schillend machen, wenn wir schon da sind Ja Ja Ja, gleich Ganz kurz Äh, braucht der Rüstungsexpertise? Äh. Ja. Welcher Rang? Zwei. Nö. Ich hab Rang drei. Okay. Hä, wie Rüstungsexpertise? Ja, der Zauber halt. Diese Träne reduziert die Anforderungen und verbessert ihre Rüstungsabsorptionen. Ihr könnt nun einen Rang von Rüstungssexpertise auf einmal ausdrüsten. Hm. Wieso läuft der Ghoul hier rum und keiner kümmert sich drum, versteh ich gar nicht. Ich kann die Ghoul hier auch sehen, aber das sind, glaub ich, die von Korbi. Nee, nee. Sie ist ja nur bei, äh, Dings, bei Gegnern, die Dings leisten. Achso, das sind gar keine verbündeten Zombies, sind einfach nur Zombies. Also die pinken Zombies sind mir. Ja, aber die sind auch grün oder braun oder so, was man das darstellen soll. Naja, dann sind das nicht meine. Wollen wir da jetzt schon rein, oder? Denk ich. Ja. Ach, hab schon einen Laufstück gehabt. Ja, gut. Hm, hm, hm. 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 Welche Stufe bist du jetzt eigentlich? Äh, ich 33. Äh, hm, 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 hm. Juh. Ich glaub, ich versteh auch jetzt. Ja, klar, ich mein, seid ihr jetzt schon reingegangen? Ja. Ah, super. Kann es sein, dass man mit Tod auch wieder die Erfahrungsweise zurückgesetzt wird? Ja, ne? Kommt drauf an, wo du dich wiederbeleben lässt. Nämlich wo? An Ort und Stelle. Sonst, ansonsten am Eingang, am Eingang des Gebietes nicht. Und auch in der Stadt nicht. So, warum hab ich dann viel weniger... Ach, ach so, ich hab keine Lust mehr darüber nachzudenken. Ja. Ist ja auch gut so. Also ich sterbe am Ende doch wieder, egal was ich tue. Säulen wieder. Warum haben wir die eigentlich gerade kaputt gemacht? Weil wir können. Okay. Kaliber 12. So, und jetzt schalte ich mal kurz um. Auf. Hier sieht man eine Tränke. Hier ist der Unterschied. Ah. 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 Oh, Geld. Ein Scootum. Hm, nee. Das sind halbfühle Steine, die hier entstehen. Verdammt viel Schaden, das kann, obwohl ich außerhalb der Blankow entstand. Wow, das war laggy. Ja. Klein wenig. Zum abgesehen, wieviel Schaden habt ihr da drin gefressen? Äh, ich sehr viel, fast gestorben. Zum Glück noch fast, weil Heiltrank. Ja, ich hab auch einen Heiltrank verwenden müssen, also mal wieder. Ich hab aber auch Aufladung gekriegt. Ja, gut dann. Verzählt das ja nicht. Schon wieder einen Heiltrank einsetzen müssen. Irgendwie krieg ich mal die Attacken ab, die 1800 Kp abziehen. Du wirst halt ganz wenig Resistenz in diese Richtung haben. Keine Ahnung, was das für ein Schaden ist. Kann man ja nachlesen. Steht ja links, äh ne rechts neben dem, äh, Viech. Achso. Ja, was? Du meinst Panzer oben? Elementarpanzer gibt's ja. Was hast denn denn so für Elementarpanzer gerade? Nur mal kurz, weil ich komme als Nachfrage. Die machen Feuerschaden. Einige davon andere machen Gift. Alter, der, der ist wieder in Schicht. Alter, der ist im Tisch. Die Frage war ja eigentlich, was du gerade für Panzer tippst. Ich glaube schon. Äh, ich? Keine Ahnung. Äh, wo sehe ich das denn? Da. Da? Was? Alter! Das ist dieser Riesenvieh, dieser Riesentyp, der mir immer so viel Schaden macht, dass ich gerade noch 3 Kp habe. Acker haben wir, also 16% Frost, 9, äh, Feuer. Nein, nein, ich meinte eigentlich Körperpanzer, das kannst du in deinem Inventar sehen, oben. Äh, kann ich auch, ja. Weil die Zahlen mir gerade mehr was tun. Ja, ja, 135. Auf was? Äh, Körperpanzer. Okay. 3 nach, eben jetzt, 94, 99, 223, 31. Du hast mehr als ich. Ja, und ich hab nochmal viel mehr als ihr. Was Sinn macht, weil ich Tank bin. Ich hab 220, Körperpanzer. Dann, ähm, 89, 194, 200 und 223. Jetzt sag mir, warum ich hier den meisten Schaden fresse. Hm. Keine Ahnung. Also, ich fiel immer mit jedem Griff. Ausgegangen. Wahrscheinlich friss ich den Schaden schon, aber hier den sofort wieder hoch. Hm. Ich brauch 13 Crits für volles Leben. Okay. Und Crits sind bei dir ja irgendwie jeder siebte Schlag oder so. Nö, eigentlich jeder Schlag. Noch viel besser. Super. Super. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020